Und? Schon Urlaubspläne? Gehen Sie doch auf Entdeckungsreise zu Ihrem Opel-Händler. Denn dort gibt's die geräumigen und innovativen Designer-Vans von Opel zu Sensationspreisen. Mit dem Arriva und dem Safira Tourer haben Sie nicht nur Platz für die ganze Familie, sondern auch für jede Menge Abenteuer. Jetzt mit Eintaschen-Leasing-Bonus von bis zu 3.500 Euro. Aber nur bei Ihrem Opel-Händler. Im Mustviertel bei Autohaus Oerlinger, Hoyers, Tazreiter und Weißensteiner.